Herzogin Meghan zollt ihrer verstorbenen Schwiegermutter, Prinzessin Diana, immer wieder ihren Tribut. Die 37-Jährige trägt den Schmuck der Prinzessin und erinnert auf diese Weise an die Mutter von Prinz Harry. Auch mit ihrem Verlobungsring gedenkt die Herzogin der verstorbenen Prinzessin. Denn neben einem Diamanten aus Botswana zieren zwei Diamanten aus Dianas besitzt das edle Schmuckstück. Doch auch andere Schmuckstücke von Meghan haben eine Bedeutung. Die Herzogin trägt neben den traditionellen Kostbarkeiten einige moderne Buchstabenketten. Und jede einzelne davon stellt einen süßen Liebesbeweis dar. Ende 2016 sehen wir Meghan mit einer schlichten goldenen Kette mit den Initialien H und M. Dieses Collier symbolisiert ihre aufblühende Romanze mit Prinz Harry und ist ein niedlicher Tribut für ihre Liebe zu dem Enkel der Queen. Im Mai 2018 folgt die spektakuläre Hochzeit und im Oktober verkünden die beiden Meghans Schwangerschaft. Und diesen Anlass muss man natürlich feiern. Anfang 2019 wird der Hochschwangeren eine Babyparty in New York gegeben und da bekommt sie von ihren Freundinnen ein Kettchen mit dem Schriftzug Mami. Was für ein schönes Geschenk. Doch das ist noch längst nicht alles. Seit der Geburt von Söhnchen Archie im Mai 2019 ziert dieses Schmuckstück den Hals der 37-Jährigen. Mit einem zierlichen Goldkettchen mit dem Initial A bringt Meghan ihre Liebe für ihren kleinen Sohn zum Ausdruck. Diese Liebesbeweise sind einfach zum Dahinschmelzen.